Hier ist wieder der Tess Michel von YouTube. Hier ist der Tess Michel von YouTube. Demnächst stelle ich euch so lustige kleine nachplappernde Hamster vor. Demnächst stelle ich euch so lustige kleine nachplappernde Hamster vor. Aber dafür müssen wir erst noch warten, bis die restlichen aus China eingedrudelt sind. Aber dafür müssen wir erst noch warten, bis die restlichen aus China eingedrudelt sind. Also Geduld, meine Freunde. Also Geduld, meine Freunde. Dann sage ich mal. Verstand ich mal. Sollst nicht nachplappern. Sollst nicht nachplappern. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.